Wie lesen Sie eine Bachelorarbeit? Wie ich eine Bachelorarbeit lese, halte ich immer gleich. Und egal, ob es sich um eine Bachelorarbeit handelt oder um eine Seminararbeit oder Pro-Seminararbeit oder auch Masterarbeit, ich lese alle Arbeiten relativ gleich. Ich schaue mir als erstes die Einleitung und das Fazit an. Das sind so die zwei wesentlichen Teile für mich in den Arbeiten, die ich als erstes durchlese. Für mich müssen diese zwei Teile zusammenhängen. Und es muss einen klaren Zusammenhang geben zwischen der Einleitung und dem Fazit der Arbeit. Wenn ich schon merke in der Einleitung, okay, da passt etwas nicht, die Einleitung ist irgendwie komisch geschrieben, es fehlen die wesentlichen Teile einer Einleitung, wie zum Beispiel die Fragestellung oder der Aufbau der Arbeit oder das Ziel oder die Methode oder die thematische Verortung, dann merke ich, es wird wahrscheinlich eine schwierige Lektüre sein. Und im Fazit schaue ich mir an, ob quasi die Punkte, die in der Einleitung angesprochen wurden, auch tatsächlich umgesetzt wurden. Das heißt, das wären so die ersten Schritte. Die Einleitung und das Fazit werden gelesen, dann schaue ich mir immer das Literaturverzeichnis an und ich kontrolliere quasi, ob die bibliografischen Einträge korrekt sind, ob die richtigen Quellen oder ob die passenden Quellen ausgewählt wurden. Und ich merke dann auch bei der Lektüre des Literaturverzeichnisses, ob die Studierenden recherchiert haben, wie sie recherchiert haben, welche Quellen sie herangezogen haben. Also ich kann schon relativ gut am Literaturverzeichnis erkennen, ob eine ordentliche Recherche durchgeführt wurde. Dann schaue ich mir natürlich noch das Inhaltsverzeichnis an. Das Inhaltsverzeichnis muss für mich nachvollziehbar sein und es muss einen roten Faden geben. Den roten Faden haben wir schon angesprochen vorher. Für mich ist wichtig, dass das alles logisch aufgebaut ist. Gut, und dann lese ich natürlich die restlichen Teile der Arbeit durch. Und das ist eigentlich eine Vorgehensweise, die für mich passt. Und ich kann sagen, dass ich eigentlich auch sehr, sehr, ich bin ein schneller Leser und ich kann auch relativ schnell beurteilen, ob die Arbeit wirklich die Ansprüche erfüllt, die auch an die Bachelorarbeiten in diesem Fall gestellt werden. Es ist in der Regel so, dass ich eine Bachelorarbeit ja mehrmals zum Lesen bekomme. Die Studierenden schicken immer mal eine erste Fassung oder vielleicht einmal nur ein kleines Exposé. Und erst ganz zum Schluss, oft einige Wochen nach Ende des Semesters, kriege ich dann die fertige Arbeit. Naja, wie lese ich das? Ich gehe eigentlich genau nach dem Muster vor, das ich vorhin skizziert habe. Ich versuche zu sehen, gelingt es der Studentin, dem Studenten, diesen roten Faden irgendwie fassbar zu machen. Wenn man das liest, hat das einen Anfang, versteht man, wenn man das liest, warum interessiert sich der Verfasser der Arbeit, die Verfasserin der Arbeit überhaupt dafür, was sind die Voraussetzungen, die fachlichen, mathematischen Voraussetzungen, sind die adäquat präsentiert, ist die Abfolge der Argumente irgendwie logisch und gut nachvollziehbar. Das ist für mich das Wesentliche. Und dann gibt es natürlich auch ein paar Punkte, natürlich müssen auch gewisse Regeln eingehalten werden, hinsichtlich zitieren und so, auf das achte ich natürlich auch. Aber ja, also in erster Linie geht es aus meiner Sicht um diese demonstrierte Fähigkeit, einen halbwegs komplexen, komplizierten Sachverhalt in eine Form zu bringen, in eine sprachliche Form zu bringen, die wirklich gut verständlich ist, natürlich unter Berücksichtigung der mathematischen Fachsprache, das ist schon klar. Ja, es gibt ein breites Spektrum an Bachelorarbeiten, manche sind besser, manche sind schlechter, aber im Großen und Ganzen ist es relativ einfach, wenn man eben vorher sich ein paar Bachelorarbeiten durchliest, kann man sich schnell mal einen Überblick verschaffen, wie so eine Bachelorarbeit aussehen könnte. Und wie lese ich es? Natürlich habe ich als Lehrende gern, wenn man merkt, der Student war oder die Studentin war sehr motiviert und hat das einfach wirklich ehrgeizig ausgearbeitet. Aber natürlich ist es auch okay, wenn man das einfach abschließen will, wenn man so die wichtigsten Punkte einfach behandelt und man sieht wenigstens, dass sich der Studierende oder die Studierende damit auseinandergesetzt hat mit dem Thema. Und das kann kürzer ausfallen, das kann länger ausfallen, da ist man eigentlich auch ein bisschen seiner Kreativität überlassen, wie man so eine Bachelorarbeit ausbaut. Aber natürlich, ich, wie gesagt, wenn ich das lese, schaue ich natürlich, dass eine gewisse Struktur vielleicht da ist, aber auch durchs Lesen selber oft kann sich auch eine gewisse Struktur bilden und ja. Ja, also ich würde sagen, da achtet man auf Dinge, von denen man hofft, dass der Studierende oder die Studierende sie zu diesem Zeitpunkt gelernt hat. Also auch da gilt wieder, ein gewisses handwerkliches Können ist wichtig. Also man möchte sehen, dass der Text klar strukturiert ist, dass es sprachlich gut und geschickt ist, egal ob es auf Deutsch oder auf Englisch ist, dass relevante Literatur berücksichtigt wurde, allerdings begrenzt, mehr als 15 bis 20 Teile, also Literatureinträge braucht es in der Literaturliste nicht zu geben, solange die Texte wichtig und einschlägig sind, dass man spürt, dass der Studierende sich wirklich für das Thema interessiert und wirklich originell etwas dazu sagen kann. Bachelorarbeiten natürlich ist die Erwartung von großer wissenschaftlicher Innovation natürlich nicht da. Ich würde sagen, eine Bachelorarbeit ist eher so wie bei einem Handwerker, der erste Schuh, den er macht oder das erste Kleid, das er oder sie näht. Man will einfach sehen, hier ist mal ein erstes Element, wo der Studierende oder die Studierende versucht hat, zu zeigen, sie kann ein Stück weit wissenschaftlich arbeiten. So was sehe ich gern in der Bachelorarbeit. Wann macht das Lesen von Bachelorarbeiten Spaß? Also, Spaß ist vielleicht ein bisschen ein zu hoch gegriffenes Wort. Freude. Das Lesen einer Bachelorarbeit macht Freude, wenn das Ziel, von dem ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe, wenn das erreicht ist. Wenn man das Gefühl hat, ja, der Student, die Studentin hat am Anfang vielleicht Schwierigkeiten noch gehabt, die Themenfindung und wie das geschickt aufgebaut werden soll, das ist halt am Anfang nicht so, das ist nicht so einfach, wie es klingt. Das erfordert einfach eine intensive Beschäftigung damit. Und wenn man dann sieht, okay, das ist geglückt, die Studentin, der Student hat es geschafft, es ist etwas Lesbares daraus geworden, es ist eine überschaubare, es ist natürlich nur, wie gesagt, eine kleine überschaubare Sache, aber die ist so dargestellt, dass man das gut auffassen kann. Dass man versteht, warum beschäftigt sich jemand mit dieser Frage, wie funktioniert diese Beschäftigung, wo muss ich, auf welchen Grundlagen muss ich aufbauen, wie führt die Kette der Argumente mich zu dem gewünschten Ergebnis und wenn das gut gelungen ist, dann macht es Freude. Spaß ist vielleicht, also Lachen, Lachen breche ich normalerweise nicht aus, wenn ich eine Bachelorarbeit lese, aber ich freue mich, wenn ich das Gefühl habe, das hat gut geklappt. Ja, also ich würde sagen, das schließt natürlich an als das, was macht eine Bachelorarbeit aus. Es macht gerade Spaß, wenn man sieht, das ist ein Student, der interessiert sich für das Thema, der geht das Thema mit Intellektualität, aber auch mit Emotionalität an. Das Thema ist als wichtig empfunden, man hat etwas zu sagen und man kann verbinden, handwerkliches Können, das, was es braucht, um eigentlich wissenschaftlich zu argumentieren, mit einer gewissen Eigenständigkeit und Originalität. Das ist nicht nur einfach so, was sind so die Standarderwartungen abgehakt sind, sondern auch ein bisschen mehr was ist in irgendeiner Hinsicht. Vielleicht ein bisschen mutiger eine These formuliert, als es eigentlich sein müsste oder ein klein bisschen tiefer in etwas reingegangen, als man es eigentlich erwarten müsste. Also irgendwie so etwas, was ein kleines Stückchen über die Pflicht hinaus und in die Kür hinein, das sehe ich gerne in der Bachelorarbeit. Dann macht es Spaß, als Lehrender sie zu lesen. Und natürlich als Lehrender ist da natürlich auch die Situation, wenn man ein Seminar gemacht hat und man hat dann Studierende, die wollen gerade dazu ihre Bachelorarbeit schreiben, dann freut man sich natürlich als Lehrender, weil man dann das Gefühl hat, naja, irgendwas muss ich richtig gemacht haben in der Themenauswahl und in der Auswahl der Texte, wenn es tatsächlich Studierende gibt, die sich damit beschäftigen wollen. Für mich macht das Lesen einer Bachelorarbeit Spaß, wenn ich auch merke, dass der oder die Studierende selbst Interesse und wirkliche Leidenschaft auch hatte, die Fragestellungen, die wir gemeinsam ausgearbeitet haben, zu beantworten. Das merke ich einerseits während des Vorgangs des Schreibens, aber auch andererseits, wenn ich mir die Ergebnisse und die Arbeit lese, wenn ich die Abbildungen sehe, die Grafiken, ob hier Liebe fürs Detail vorgeherrscht hat oder ob der Studierende die Arbeit einfach nur abgehen wollte. Es macht nicht nur Spaß, sondern ist auch hilfreich, wenn ich merke, dass die Literaturrecherche gewissenhaft ausgeführt wurde und sich dann diese Bachelorarbeit sogar mit einem kleinen Übersichtsartikel vergleichen lässt und mir quasi auch eine Literaturrecherche zu diesem Thema erspart, da ich schon alle Infos in dieser Bachelorarbeit bekommen habe. Mir macht Spaß, Bachelorarbeiten zu lesen, wenn ich merke, dass es dem Studierenden einfach eine Riesenfreude bereitet hat, so eine Bachelorarbeit zu schreiben. Einfach, weil er motiviert war, ehrgeizig war, das Thema erarbeiten wollte und einfach ein Gesamtwerk dann geschaffen hat mit Forschung, mit Eigeninitiative, mit dem schriftlichen Diskutieren eine Arbeit erschaffen hat, die einfach Spaß macht zu lesen. Also die Frage lässt sich sehr einfach beantworten. Wenn ich eine Arbeit lese, die zu einem spannenden Thema und zu einer spannenden Fragestellung verfasst wurde, dann macht auch das Lesen der Arbeit großen Spaß. Ein weiterer Aspekt, den ich ansprechen möchte, ist auf jeden Fall der Mehrwert oder der Punkt Mehrwert. Wenn ich dann aus einer Arbeit etwas mitnehmen kann, irgendeine interessante Idee oder eine Literaturquelle, die ich bis jetzt noch nicht gekannt habe, dann merke ich, okay, das hat sich gelohnt, die Arbeit zu lesen und es ist dann wahrscheinlich auch eine, also in der Regel sind das dann gute Arbeiten, aus denen ich dann wirklich viel mitnehmen kann, auch persönlich. Und ich habe auch schon Arbeiten gelesen, die mich quasi auf eine Idee gebracht haben, eine Lehrveranstaltung zu einem konkreten Thema durchzuführen. Das heißt, die Arbeiten können mich auch selber sehr motivieren. Und ich glaube, es ist, also diese Meinung, eine Bachelorarbeit ist eigentlich jetzt keine Arbeit für die Öffentlichkeit, das stimmt schon, aber die Bachelorarbeiten können auch sehr gut werden. Und ich habe schon sehr viele Bachelorarbeiten gelesen, die dann auch später weiterentwickelt wurden. Es kommt immer wieder vor, dass ich dann den Studierenden im Feedback schreibe, ja, bitte, sie müssen unbedingt einen bestimmten Aspekt aufgreifen und den Aspekt im Kontext einer größeren Arbeit noch weiter vertiefen, weiter bearbeiten, zum Beispiel im Kontext einer Masterarbeit. Und es ist dann wirklich eine schöne Sache, wenn man dann den Studierenden oder die Studierenden wieder sieht, ein paar Jahre später, und es wird eine größere Arbeit verfasst und ich habe dann auch die Möglichkeit, die Arbeit zu betreuen. Also das macht dann wirklich Spaß und es ist ein sehr angenehmes Gefühl für mich als Lehrenden.